Miettoiletten? Kuranto! Sie benötigen Miettoiletten für eine Baustelle oder eine Veranstaltung? Keines unserer Toilettenmodelle benötigt einen Wasser- oder Abwasseranschluss. Schnell und einfach das richtige Modell in der Auswahl unserer Miettoiletten finden und bestellen. Unser Standardmodell verfügt über ein WC und ein Urinal, während unser Premium-Modell zusätzlich über einen Handdesinfektionsspender verfügt. Benötigen Sie ein zusätzliches Handwaschbecken, dann ist unser Comfort-Plus-Modell Ihre richtige Wahl. Für einen barrierefreien Zugang auf Veranstaltungen bieten wir zusätzlich das Modell Roomy an. Es ist rollstuhlfahrergerecht und verfügt neben einem WC auch über einen Handdesinfektionsspender. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und prüfen Sie, ob das gewünschte Modell in Ihrem Gebiet lieferbar ist. Die Toiletten werden in der Woche Ihres Wunschtermins aufgestellt. Die Laufzeit können Sie nach Ihren Wünschen gestalten und im Nachgang individuell verlängern. Eine Anmietung können Sie ganz einfach unter www.curanto.de durchführen. Unsere Preise verstehen sich immer inklusive Transport und Entsorgung sowie 3-Tage-Stellzeit bei Veranstaltungen und 28-Tage-Stellzeit bei Baustellen. Hier ist auch eine wöchentliche Reinigung der Toilettenkabine bereits im Preis enthalten. Bei Veranstaltungen wird pro 35 Gästen eine Toilettenkabine benötigt. Bei Baustellen wird je 10 nutzenden Handwerkern eine Kabine benötigt. Bitte beachten Sie vor Buchung die allgemeinen Anlieferungs- und Aufstellungsvoraussetzungen. Die Toilettenkabine darf maximal 5 Meter vom Servicefahrzeug entfernt aufgestellt werden. Unsere Servicefahrzeuge benötigen eine Durchfahrtsbreite und Höhe von mindestens 3 Metern. Der Aufstellungsplatz selbst sowie der Weg dorthin muss frei von Hindernissen sein und einen befahrbaren Untergrund aufweisen. Alle unsere Modelle sind abschließbar. Die Zahlenschlösser sind nicht über Curanto buchbar. Sie können also ganz einfach Ihre eigenen Zahlenschlösser nutzen. Denken Sie daran, Curanto für die Reinigung der Toilettenkabinen die Zahlencodes der Schlösser mitzuteilen. Sollten Sie Fragen bei der Modellauswahl oder den Aufstellungsmodalitäten haben, berät Sie gerne unser Kundenservice. Montags bis sonntags von 6 bis 22 Uhr. Clever sparen? Clever mieten! Alle Infos unter www.curanto.de